Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von The Binding of Isaac. Ihr habt es so gewollt. Der nächste mistige Charakter ist an der Reihe Eve. Oh, sieh in der All. Triple Shot. Das ist nicht mal schlecht für Eve, denn Eve macht ja sowieso keinen Schaden, nicht? Wenn wir natürlich jetzt dann noch so ein kleines Damage Upgrade finden würden. Ja, ja, warum nicht? So, ein Bömbchen für uns. Der Opferraum. Nein, danke, ich möchte heute kein Blut spenden, zumindest nicht bei dir. So, was hätten wir denn hier? Mal so ein bisschen aufpassen. Also, der Triple Shot ist schon nicht schlecht, aber wir brauchen auf alle Fälle Tears Up und Damage. Ne, Pille? Böse Pille? Ne, Range Up. Range Up ist auch gut. So, weiter geht's. Ein Bömbchen. Dann könnten wir doch eigentlich mal nach dem Geheimraum suchen, der müsste doch hier sein. Oh. Und nachdem ich keinen Schlüssel habe und keinen Plan habe, wo der zweite Geheimraum ist, würde ich doch sagen, wir gehen so rein. Die Leiter. Die Leiter, die Leiter. Ach, kommt Leute, die nehmen wir mal mit. Vielleicht können wir die ja noch für irgendwelche Items brauchen. Warum kriege ich zur Zeit schon wieder immer Famine? Ich habe, ich habe keine Ahnung warum, wieso, weshalb, aber es ist meistens so, dass er der erste Gegner ist, den wir bekommen. Und irgendwo finde ich das nicht nett. So, komm. Geh einfach sterben. Ja. Nein. Oh, der war. Aua, das zieht doch ein ganzes Herz ab. Ich sollte mich vielleicht ein bisschen bewegen. So, Dankeschön. 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 Ähm, ja, weiter geht's. Klar, Cube of Meats oder, oder hier, ähm, sag ich mal, unsere Pretty Flies sind recht nett. Äh, da kann man nichts sagen, aber, ne? Wie gesagt, mir wäre halt ein HP oder Damage Upgrade einfach irgendwo lieber. Oh, okay, sterben. Und du auch noch. So, da hätten wir den Schlüssel, den ich unbedingt brauche. Oh. Was ist denn heute mit Eve los? Ja. Und da, da geht's auch schon wieder los. Da denke ich mir, oh, der Run läuft nicht mal schlecht. Ich kriege Geld, ich habe ein gutes Anfangs-Item. Und bekomme jetzt das gute Kochbuch. Ja. Wow. Ähm, das finde ich jetzt aber sehr großzügig. Naja. Warum, warum benutze ich dieses Wort großzügig? Es war Mist. Ach, du Schande. Gehen wir da rein? Gehen wir da rein? Ach, kommt. Warum, warum, warum habe ich das getan? Weil ich eigentlich dachte, da könnte vielleicht ein Item drin sein. Ja. Ja, sehr schön. Hast du toll gemacht. Ich sollte mir... Nee, ich komme ja an die Herzen gar nicht ran, denn ich habe keine Bombe. Doch, ich hätte Bomben. In meinem Kochbuch, aber da können... Oh. Oh. Schade. Ach, kommt. Jo, zwei Bomben, das ist nett. Oh, komm mal her, du. Na. Wieso treffe ich den jetzt wieder nicht? So, jetzt. So, einmal der hier und der hier. Der hier. Na, komm schon. Oh Gott. So, ein bisschen in die Richtung. Aua. Es war mir irgendwie klar. So, noch ein Schlüssel für uns. Und ich würde sagen, ähm... Ich möchte hier kein Risiko eingehen. Ähm... Wo ist eigentlich der Geheimraum? Der kann aber nicht über dem Zweiten sein. Dann kann doch der nur hier sein. Nö. Tja. So kann es gehen. Wir nehmen uns hier ein Herz mit. Sicher ist sicher. Denn ich glaube ja, der... Der zweite Geheimraum, also hier unten, kann keiner sein. Denn sonst wäre ja da der Geheimraum nicht. So. Ab zum Boss. Oh. Hallo Larry. Der kleine Larry Junior. Und wenn es geht, hier nicht unbedingt treffen lassen. Nein. Hier nicht einsperren. Oh Gott. Oh, mein Vogel. Mein Vogel in Action. Aua. Aua. So. Ein HP Upgrade. Das ist schon mal schön. Uns wächst wieder was komisches aus dem Gesicht. Und wir gehen in die nächste Ebene. Das wäre jetzt gewesen, wenn wir noch den Geheimraum gefunden hätten. Dann hätten wir sicherlich noch in den Shop gekonnt. Ähm. Ja, was soll ich da machen? Pa. Also das sind so, äh, in meinen Augen die, ja, die dümmsten Räume. Ich sag jetzt wirklich die dümmsten Räume. Denn, ähm, genauso wie hier. Man, man kann hier einfach nicht ausweichen. Boah. Ein Herz noch. Ähm, ja. So, Nummer eins hätten wir. Den hier auch. Und dich müsste ich doch eigentlich auch kriegen. Ja, so natürlich doch. Ich hab's noch geschafft. Ähm, da können wir im Moment noch. noch nicht rein. Wow, 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 wow. Da. Nein. Schon wieder bloß noch ein Herz. Oh Gott. Wie soll das noch weiter gehen? So, der letzte. Wow, eine Karte. The Fool. Mhm. Wir gucken erst mal hier rein. Und bekommen das Relic. Moment. So. Und die Münze mitnehmen. Und die. Und vielleicht, ja. Ohne Bombe wird das schwierig. Ich möchte hier nicht, äh, in dem Raum mein, mein Kochbuch zünden, ne? Das bringt uns nämlich gar nichts. Oh, Mann. Oh, Mann. Oh, Mann. Äh, ist das etwa schon unser Tod? Oh, Mann. Hoah. Ich brauche ein Herz. kein herz nee nee da wäre ich jetzt drauf gegangen und außerdem bekomme ich das sowieso nur wieder das left hand ja so kann das gehen mit ihr das ist jetzt ärgerlich geht ja schon mal gut los hier so eine münze nichts ich krieg doch ich krieg doch wahrscheinlich eh nur wieder mist items ich hab da schon so im gefühl so kommen wir ja so nee nee leute das ist jetzt das erste mal dass ich ins hauptmenü gehe und neu anfange das ist wirklich das erste mal seit 200 und 70 folgen also so lasse ich mich von dem spiel hier nicht veräppeln das geht ja mal gar nicht ich glaube ich bin hier bei so einem ersten item da da muss ich mich schon wieder ärgern über das spiel das ist das ist die dreistigkeit besitzt mir noch mal die gleiche items zu geben das ist schon mies das ist wirklich mies anders kann man das eigentlich nicht ausdrücken sogar für die fliegen brauchen zwei schüsse das war so ärgerlich mit dem tripleshot das das wäre das wäre gut geworden aber ja da kommen dann wieder mistige items beziehungsweise mistige räume und dann ist das ganze auch schon wieder vorbei so wir haben da rechts oben noch einen raum den möchte ich natürlich mitnehmen auch mit euch dann der nächste bitte könntest du vielleicht hätte du hättest dich auch in die ecke stellen können so ein bisschen in die ecke stellen und schämen doch nur hier und ich hoffe jetzt mal ziemlich bald auf dem match upgrade denn somit wird das nichts bekommen haben wir natürlich nichts bombe haben wir auch keine welt haben wir auch keins dann heißt es wohl ab zum boss und es ist der typ of lies mal nicht filmen gleich am anfang so ein bisschen kohle erreicht aber nicht für den shop das heißt nächste ebene so nummer eins und komm schon nummer zwei aber wenn man wenn man es mal ehrlich sieht die krone war eigentlich auch wieder ein item das kein mensch braucht und eigentlich hätte die spinne auch mit in die luft fliegen müssen denn sie waren aber genug dran wenn ich so nah dran gewesen wäre dann wäre ich wahrscheinlich gestorben aber das war gemein das war fies nein danke heute nicht eine goldene truhe aber erst sollten wir erst sollten genau erst wenn wir einen zweiten schlüssel finden dann könnte ich die eventuell mitnehmen aber ich möchte nicht lieber die kiste statt dem item raum das wäre ja nicht gerade förderlich münzchen kackchen ach ist das scheiße warum tue ich mir das an erstes blue baby dann samson und dann sowas wie gut dass ich die fliege treffe ja ist gut jetzt nein ich bräuchte mal eine bombe auch die schande das könnte jetzt bitte böse entner nur so ein klein wenig nein auf furcht aus kusch geht doch einfach sterben bomben ich glaube es nicht oh little steve ja das ist doch schon mal ein kleines damage upgrade wenn man es mal so sieht so ein paar münzen ja aus der truhe oder beziehungsweise dem shop wird natürlich jetzt nichts ja das heißt ab zum boss klar ich könnte jetzt schon noch in den opfer raum gehen aber dafür müsste ich mein einhorn opfern und das möchte ich nicht so wir werden jetzt erstmal monstrum so ein bisschen äh ne das war aber nicht gerade viel damage für das dass das nur monstrum ist aber ja range upgrade ach menno das ist alles nicht gut nicht mit eve mit jedem anderen charakter aber nicht mit eve und auch noch curse of the lost wo kommt er ja nein komm 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 wir macht mich fertig ja warum nicht sollten sie vielleicht erstmal auf das varwick Thing gehen diese damage er ist op karte the high priestess das nächste ding das schießt ein nicht treffen hier wie er dem so zumindest schon mal der erste schlüssel für den atemraum den wir auch jetzt dachte ich wirklich ich laufe in die fliege rein hätten wir das ding na komm zieh dich nicht das jam hart ganz ehrlich da behalte ich lieber meinen meinen mein little unicorn bevor ich das jam hart mitnehmen klar wir könnten dadurch eventuell in den in den in den in den opferraum aber erst mal so ein bisschen den rest erkunden hätte ich mir jetzt eingehen lassen wenn ich kein space bei dem gehabt hätte aber doch nicht so so hängt man schön goldene kiste so was hätten wir da in dem battle raum dankeschön zwei goldene kisten die ich nicht mitnehmen kann es ist wirklich so dass man mit die die richtigen items braucht ansonsten da hat man hier keine chance nicht aber wirklich absolut gar keine auer so und das kommt natürlich auch wieder super an ich werde mir die mal mitnehmen ja wir können es mal probieren so da hätten wir ein blaues steinchen hätte ich mir doch meine bombe aufgehoben naja vielleicht kommt noch eine wer weiß ach ja aber sonst geht es euch gut aber das tut doch wie leute komm little steven wein fertig wäre gut wenn man die fliegen auch treffen würde und nicht so wie ich dauernd vorbeischießen würde da muss doch jetzt eine explodieren super ich hätte jetzt ruhig die die anderen beiden mit in den tod reißen können aber nö sie wollen nicht sterben warum beide der mädchen so halbes herz wow nein nochmal super dankeschön ich werde es mal riskieren und noch in den opfer raum gehen was anderes bleibt mir ja nicht übrig schade die bomben nicht mitnehmen kann und vor allem das herz nein zweimal tiers ab hat sich das jetzt gelohnt eine auf die fresse zu bekommen ja wir gucken mal ich hätte mir eigentlich auch seful mitnehmen können hätte mich dann raus teleportieren können hätte ich mir ein halbes herz sparen können aber naja muss auch so gehen oh hallo fistula na wenigstens diesmal wieder ein paar andere bosse ja ja oh gott was mache ich hier jetzt bin ich so oft ausgewichen und da kriege ich jetzt nochmal schaden aha so nochmal eine pillentasche was hätten wir denn hier schönes wahrscheinlich tiers down und so ein zeug super super rennen wir den ganzen weg natürlich nochmal wir können uns auch mal ne moment mal nicht so hängt man benutzen das war so hängt man ich hätte mir die bomben mitnehmen können ach fuhr ich dachte das wäre so fuhr ok oh man ja wer lesen kann ist klar im vorteil man sollte auch die karten ab und zu lesen wenn man sie benutzt das ist jetzt ärgerlich das ist richtig doof das ist doof so was hätten wir hier noch tiers down das ist schön bad trip das ist noch viel schöner und dafür ein health up ja wow so wir gehen quasi jetzt mit einem halben herz in die nächste ebene ach gott oh gott oh gott oh gott so ähm da hätten wir schon mal eine rote kiste wegen der left hand vermute ich jetzt mal schwer aber zumindest machen wir jetzt damage das kann man ja mal sagen oh erst mal die ganze kacke weg machen weil larry jr hat seinen schließmuskel nicht unter Kontrolle dankeschön 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 so viel kohle aber keine schlüssel geschweige denn vielleicht ein arcade oder sowas dass ich mir zumindest mal ein paar schlüssel holen könnte aber nö auch noch die bolognese typen oh sterb so item raum little chat gives hearts ok aber ich glaube nicht dass mir der jetzt so schnell ein herz gibt wie ich jetzt gleich schaden bekomme ich habe irgendwie so die befürchtung dass wir gleich schaden bekommen weil gleich wieder irgendein doofer raum kommt könnte das sein kein herz immer noch kein herz tatata so dann einmal hier nach rechts so genau das habe ich gedacht gemeint ja das war es mit Yves ja Leute ich werde jetzt aber keinen dritten Versuch starten und ich würde sagen wir sehen uns dann zur nächsten Folge von The Binding of Isaac wenn es wieder heißt wir spielen mit einem guten Charakter ich hoffe es bis dann dann und ich würde sagen